Halt die Person, das ist die Idee. Kannst du mir mal. Wow. So, zieh den Schwanz lang. Wie. Mach mal, ich lebe immer noch. So. Baby-Meute killen. Wunderschick. Muss ich tatsächlich nur mal hacken? Muss ich auch gleich upgraden? Ich weiß gar nicht. Muss ich mir da einfach mal gucken. Achtung, Bachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslichts erkannt. Bitte antworten Sie. Ne, du kannst mich mal. Aber ordentlich. So, ich weiß, dass hier noch mehr Viecher kommen. Wow, der fällt mich aber auch immer. Viecher mögen mich. Fäck mit dir. Komm her, komm her. Fuck yeah. Nimm. Pause. Moment. Okay. Das Spiel hat mich gerade schon vor den Detonatoren gewarnt. Ich hab aber nicht damit geregnet, dass noch so ein Ding kommt. So, wir haben hier Spielzeug. Das Viech fällt gleich auf, so. Ja. Ne, es kommt von hier oben wahrscheinlich durchgekrabbelt. Jupp. Hallo. Guck mal hier. Und sich nachdrehen. Yeah. Mal zur Hölle. Richtig, Bastard. So, muss ich upgraden? Arschleck, ich muss upgraden. Was hab ich denn upgradet? Ne, ich hab den Plasma Cutter upgradet. Und zwar so und... So. Und dann hab ich einen Punkt ins Impulsgewehr gepackt. So viele billige Tode heute. Detonator fährt zur Hölle. So, und das kommt auch runter. Ja. Ja. Vorsichtig. Ich geb nie auf. Nie, nie, nie. Weil ich eiseklag bin. Wir haben noch einen Energieknoten. Wow. Die lernen's echt nie, die Viecher. Ähm, ich weiß nicht. Energieknoten für ne Tür aufsparen? Würde ich mal sagen. Falls wir eine finden. Warum nicht? Ah, sollen wir speichern? Sicher, sicher. Ich hab das in der Vergangenheit schon so oft erlebt. Nicht gespeichert. Stromausfall. Irgendwas passiert immer. Man kann nie wissen. Wenn man speichern kann, sollte man speichern. Okay, darf ich jetzt hier durchlaufen? Ich hab's jetzt schließlich gehackt. Okay, das ist aber nicht ne Reinigung für mich. Was ist denn, sind die Dinger jetzt auch offline, oder was? Sick. Okay. Ja, komm schon her. So. Bitte lass da kein Viech mehr kommen, während ich hecke. Diese Spannung. Unerträglich. Luft. Ich darf atmen. Ja. Boah, da kommen wir nicht dran. Tja, alles wurde abgeriegelt, aber irgendeine scheiß Klappe ist immer auf. Boah, das sieht gefährlich aus. Als ob hier gleich Strahlen aus der Wand kommen. Doktor-Tillulip, Doktor-Tillulip. Computer-FTV. Oh, Luft. Gerne. Äh. Magnetized Material. Tadam. Das ist falsch. Naturisierter Besucher. Hauptrechner. Ja, das sagtest du auch bereits. Da holst du mir gar nicht rein. Okay, der ist auch richtig. Dann muss das der letzte sein. Yes. Und wir hängen. Also, die elektrische Abschirmung des Hauptrechners wurde deaktiviert. Vorsicht weiten lassen. Jetzt haben wir Zugriff. Aber ich komme immer noch nicht durch die verschissene Tür. Wirklich kacke. Okay, ab zum Hauptrechner. Ich verletze dich gleich blöd, wenn ich das Maul hält. Ich mache gleich Altenmetall aus dich. Aus dich. Auch nicht schlecht. Äh. 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 Was muss ich machen? Das Ding ist hier wunderbar offen. Können wir da irgendwas reinpfeffern? Irgendwas reinschleudern? Uh, Starter. Das sagt mein Suchfinder. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Soll da rein? Habe ich da irgendwas nicht aktiviert? Kann das sein? Ah, das ist eigentlich ziemlich... So was, als ob ich alles gemacht hätte. Fuck. Da. Online. Da ist irgendwas. Wahnsinn. Irgendwas muss doch hier sein. Ah, auf der anderen Seite ist auch noch was. Können wir da irgendwie abbiegen? Die Tür ist auch verschlossen. Oh Mist. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ah, oh. Da stand es umleiten. Ich habe es zu spät gelesen. Und wir leiten oben. Ist ja witzig. Wo werden die Dinger überhaupt gebaut? Alles wird abgeriegelt. Türen werden abgeriegelt. Aber die Dinger sind offen. Kein Problem. Kein Problem. So. Äh. Meins. Meins. Ich spür, die KI, die muss mal ruhig bleiben. Oh, hallo. Borge und. Fick dich. Stop. Stop. Ah. Yeah. Kassier's. Gangster-Style. Fuck yeah. Voll kaputt getreten. Oh, da steht sogar die richtige Reihenfolge. Äh. Äh. Du. Da oben. Okay. Äh. Du. Da. Und. Das war, glaube ich, hier unten. Du. Hier. Und du. Da. Und. Sesam, öffne dich. Sicherheit beeinträchtigt. Sicherheit wurde informiert. Sicherheit beeinträchtigt. Sicherheit informiert. Und da kommen die Grumors. Das ist die Sicherheit. Die Sorgen für die Sicherheit des Hauptrechners. Okay. Wenn ich jetzt hier durchkrabbel, warte, das fiege ich gleich auf mich. Oh. Bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop. Necromorph. Be better to die. Wo bist du? Ist weg. Mutter hell. Da konnte sich einer die Seele aus dem Leib. Wahnsinn. Ich hab dir die Scheiße aus dem Kopf. Was? Ist klar. Ich hab das Vieh nicht getroffen. Genau. Er hat das Scheiß Vieh nicht zu bieten. Schmeiß dich da rein, ey. Bitte treten Sie zurück. Extrem anfällig. Online, online, online. Extrem anfällig. Ähm. Eins. Zwei. Komm schon. Komm auf Abschaum. Okay. Drei. Vier. Komm schon. Du hast Pause. Gut. Gut. Okay. Das Ding ist weg. Automatisierte Funktionen offline. Offline. Ausweitungen offline. Offline. Manuell, 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 bedienung zurückgesetzt. Anti. Offline. Cool. Scheiß, Kai. Wow. What the hell? Wie könnte der denn da runterfallen? Ich bin unterwegs zu den Reflektoren. Ich muss immer nur... Du bist nicht in so einem Erschrecken. Was macht's los? Sehen Sie doch selbst. Nein. Nein, nicht wieder die Nabel. Sie müssen mich rauslassen. Ich kann nicht alles verlassen. Was ist los? Ellie. Hör mal. 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 Überall. Wow. Ich sag ja überall. Alter. Bleib doch alle mal stehen. Oh, das war explodiert. Ich hab keinen Schaden. Oh. Oh, ich hasse die Fischer. Wenn die was hasse, dann sind das die. Da. Oh. Okay, sind gut durchgekommen. Oh, fuck. Hell yeah. Wow. Auch so ein Viech. Okay. So ist gut. Ich hab mir Energieknoten aufbewahrt. Nutzen wir ihn auch. Wow. Das sind kein Ende. Oh, was ist denn? Oh mein Gott. Mit dir. Komm schon. Endlich. Hat es die Bodenhaftung verloren.